Hallo zusammen! Hallo! Alle im Auto außer Rosi. Der ging es nicht so gut. Die hatte ein bisschen Bauchschmerzen. Deshalb ist sie zuhause geblieben. Aber ich bin mit den Kindern unterwegs. Wo fahren wir hin, Joey? Wir fahren nach Oberhausen. Da ist heute Playmobil und Lego Messe. In der Nähe vom Zentrum. Da wollten wir mal gucken, was es da so schönes gibt. Was es da schönes gibt. Da wollten wir euch einfach mal mitnehmen. Rosi ruht sich zuhause aus. Dafür ist der Sonntag auch da. Und im Anschluss, wenn wir von der Messe kommen, wollte ich mit den Kindern noch zu McDonalds. Wenn ihr Lust habt. Guck mal. Ich hab ne Mainz-Kopflos jetzt hinterher. Cool. Ja, zu McDonalds und dann ab nach Hause zum Mittagsschlaf. Wir haben jetzt 11 Uhr. Der Mia spielt da hinten mit Duplo. Mit Micky Maus Duplo. Sean spielt auch mit. Ja, schön. Genau. Dann gucken wir uns jetzt erstmal die Messe gleich an. Ich bin mal gespannt, ob es voll ist. Und ob es auch schöne Sachen zu sehen gibt. Okay. Schaut euch jetzt gleich mal die Schlange an. Also wir haben uns gerade überlegt, nicht zur P-Mobil und Lego-Messe reinzugehen. Denn da seht ihr jetzt, was passiert. Ja. Ihr müsst euch jetzt die Schlange mal angucken. Das ist mir echt. Die Autos. Das ist aber noch nicht das Wichtige. Was macht der denn da? Ist ganz schön gefährlich. Mit zwei Kindern ist mir das so kompliziert. Also, die kommt jetzt. Pass mal auf. Ich fahre jetzt mal langsam nach vorbei. Und jetzt guckt euch mal die Schlange an. Guckt euch das an. Ne? Das ist ganz schön viel. Und voll. Ne? Machen wir nicht, ne? Es stehen wieder eine Stunde. Ne. Das ist es mir nicht wert. Sauberat wieder. Piello, k highlights. Piello, k highlights. Bis wir da drin sind, ist die müde und muss Mittagsschlaf machen. So ihr Liegen. Der Papa, der... Der... parkt jetzt mal richtig, wenn das Höhe ich euch jetzt mal mit. Schau. Sag hallo. Ist es besser? Warte, warte, warte. Du hast Stiegel im Weg, ne? Also geht. Lass mich mal bitte. Gott. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz vom Zentrum. Sozusagen. Und wir gehen gleich zum Zentrum rein. Gucken da ein bisschen rum. Obwohl da nichts ist. Aber ist ja egal. Und wir sehen uns gleich. Was trägst du? Der Rucksack? Ja. Ja, wir sind jetzt im Zentrum Oberhausen. Weil uns die Messe zu voll war. So, wir haben jetzt gerade überlegt ob wir ins Kino gehen. Aber da kommt kein Film. Zur richtigen Uhrzeit. Da wäre Pets gelaufen. Pets gelaufen um 12.10 Uhr. Aber da fällt aus. Und der nächste Film ist erst in anderthalb Stunden. Nein, das funktioniert nicht. Ich gucke mal bei Lego-Friends. Ja. Und ich bin gleich Lego-Friends. Okay. Und Zug? Der ist gut, der Zug. Die Jana guckt da vorne bei Lego-Friends. Wie Hammer ist das denn bitte? Hier ja echt jetzt. Das Disney-Schloss. Von Lego. Was macht ihr denn damit? Das soll ich wegbringen? Was macht ihr denn da? Das Disney-Schloss von Lego-Friends. Das Disney-Schloss von Lego-Friends. Lego-Friends. Was kostet das denn? Lego-Friends. Lego-Friends. Lego-Friends, Papa. Da, 350 Euro. Aber der sieht cool aus, ne? 350 Euro. So. Läuft jetzt bald nix, Papi? Mhm. Hast du schon mal angefangen, ne? Irgendwas? Schuss. Kino gehen? Ja, läuft aber kein Film bei mir im Moment. Wir gucken mal, was wir jetzt machen. Geschwollen? Ja. Oh, haben wir Geschwollen vergessen? Die Frille. Holst du die? Ja. Okay, nicht mit dem Finger da rein. Liegen die Frille? Ja, vorne an den... Ich geh auf die Hohen. Guck mal, das ist Jornas Tüte. Ketchup? Ja. Das hier ist Lamias. Noch ne Pommes? Guck mal. Ketchup? Ja. Ketchup kriegst du auch. Ketchup kriegst du auch. Hier hin, den Ketchup. Ja. Ketchup, bitte schön. Ketchup. Nuggets. Bitteschön, Nuggets. Ja, weiß ich auch nicht. Da. Ja. Weiß ich nicht. So. Ich hab aufgegessen. Die Mädels futtern hier noch. Langsam. Hier ist dein Wasser. Hier ist dein Wasser. Und genau, eine Zuschauerin hat uns gerade erkannt. Die hat mit Joana und Lamia ein Foto gemacht. Jetzt wollen wir uns gleich auf die Donuts. Ja. Sag mal Donut. 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 Ich muss sagen. Ich darf ja mal filmen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Aber weil heute Sonntag ist? Ja. Ich weiß schon. Sonntag ist Filmen erlaubt. Stark. So. Wir zeigen euch die jetzt. Kriegst du auf? Wir haben uns entschieden für Kaffee, Nutella, Blueberry Crunch. Und was hast du? Schokolade? Das ist normal, ne? Dunkle Schokolade. Und wir auch. Das ist so wie so Zitrone. Und so Erdbeere, glaube ich. Erdbeere. Und wir auch? Nein, das nicht. Wir holen dir gleich was anderes, Lamia. Wir holen dir gleich was anderes, ja? Jetzt. Schokolade. Ja, gut machst du das. Kannst du bald alleine mit dem Quäntchen spazieren gehen. Ja. Haha, nee. Ja, Papier kann rein, ne? Ja. Ja. Quentin, langsam. Quentin, na? Quentin, na? Quentin, na? Papa passt auf. Papa passt gut auf. Machst du sehr gut, Lamia. Ja. Wenn der Hund, der Bode ist, der Bode. Guck. Was ist das nochmal für ein Lied? Guck. Das Esellied? Guck. I-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Hallo. Guck. Hallo. 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 Will essen bringen? Essen. Hier, Esel. Hier, Esel. Leg mal da hin. Pass auf, ne? Das ist Stacheldraht. Guck mal, hier sind Stacheln. Da muss man aufpassen. Hallo, Esel. Willst du den Esel auch mal streicheln? Ja. Ja? Ja. Moment. Ich steck mir eben die Leine in die Tasche. Guck mal. Hallo. Streichel machen. Guckst du dran? Und Pony auch. Nee, der Pony geht nicht. Pony und Perde. Pony und Esel. Na komm, geh mal weiter. Tschüss, Esel. Komm mit. Komm mit? Komm, der kommt mit, der Esel. Pony und Esel. Komm mit, der Esel. Pony und Esel. Pony und Esel. Oh. Ich gucke mal auf. Viele fliegen. Viele fliegen. Viele fliegen. Viele fliegen sind hier, ne? Ja. Wir haben den ganzen Kopf voller Fliegen. Wie viele fliegen, ne? Den ganzen Kopf voller Fliegen. Wie viele fliegen sind, da sind die Pony und Esel. Schau. Warum hast du denn schon wieder Nucke im Mund eigentlich? Oh guck. Jetzt ist der dreckig. Komm, ich packe ihn mal ein. Jetzt ist der dreckig. Das war ein gutes, ein gutes ... Ja jetzt ist bar. viele blätter sind hier blätter und stöcker und was gibt es hier noch fliegen ganz viel hundekack schon mal federn hier weder sollst du ein indianer sein ein indianer hatte hatte da guck mal hier rein oben ist die feder da oben ist die feder gut aus sieht gut aus mir eine indianerin die gummi welcher verloren wir sind immer noch spazieren waren jetzt gerade noch kurz bei meinen eltern und der akku ist gleich leer sind glaube ich schon über eine stunde unterwegs ist so schönes wetter noch guck mal blauer himmel und die lamia wir haben hier leckere äpfel bei den nachbarn von meinen eltern geholt da wächst ein apfelbaum und die wissen schon bescheid also wir dürfen die uns die holen gehen da weil die sowieso nicht aufgesammelt werden die fallen dann auf dem boden so leckere und die lamia guck mal zeigt mal dein apfel wie viel schon gegessen hast du schon viel gegessen vom apfel ist der lecker so viel schon von einem apfel gegessen na gut aber jetzt sind wir auf dem weg nach hause noch fünf minuten dann sind wir wieder zu hause gucken wir mal wie es ruse geht ja haben schon fünf uhr glaube ich jetzt wann sind wir denn losgelaufen lamia um vier vierten vor vier oder so was dann frage ich die denn als wenn ihr mir antwortet so gehen wir jetzt nach hause zu mama zu mama gibt es den dicken drücker wenn wir gleich zu hause sind gut da freut die sich ich werde mich auch mal wieder hier frage ich gehe zu lamia frage ich gehe zu lamia Herabgegangen? Ja. Katja hat der Glatze. Zeig mal. Das ist eine Frau. Nein. Doch. Das ist eine Frau, glaube ich, oder? Ja doch, eine Frau. Man stiegt sein Gesicht und seine Klamotten. Das ist eine schwanger Frau. Danke. Und heute. Auf jeden Fall. Tschüss. Auf jeden Fall. Tschüss. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wäre da Trainer. Gott sei Dank. Ich will den allen den Arsch treten. Die haben alle keinen Bock mehr auf Fußball, wenn ich mit denen fertig werde. Nein. So geht das für mich. So ist es. Nein. Nein. Ich war es. Ich war es, bei ihm. Ich war es, am Abend. Nichts, ich war es. Nein, ich war es. Alleine die Leute. In Erinnerung. Ich war es. Ich war es. Einigen die Leute. Ich war es. Ich war es. Ich war es. Untertitelung des ZDF, 2020